Liebe Kolleginnen und Kollegen von MONITOR, lieber Georg Ressli, liebe Freundinnen und Freunde der Pressefreiheit, guter Journalismus ist ein Journalismus, bei dem die Journalisten wissen, dass sie eine Aufgabe haben und dass diese Aufgabe mit einem Grundrecht zu tun hat. Artikel 5 Grundgesetz Pressefreiheit. Nicht für jeden Beruf gibt es ein eigenes, ein ganz spezielles Grundrecht, genau genommen nur für einen einzigen. Artikel 5, das verpflichtet. Das verpflichtet zur Sachkunde, die sich mit Souveränität, mit Ausdauer, mit Neugierde, mit Sorgfalt und mit Aufklärungsinteresse paart. Dieser Pflicht stellt sich das Fernsehmagazin MONITOR mit seinem Leiter Georg Ressli in vorbildlicher Weise. Das Magazin steht für penibelste Recherche, für Unabhängigkeit, für Meinungsstärke und für Unbeugsamkeit. Ich sage das mit Freude und mit Stolz. Die Jury des Otto-Brenner-Preises ist stolz auf diese Preisträger, auf Georg Ressli und auf seine Redaktion. Liebe Freundinnen und Freunde der Pressefreiheit, am morgigen Dienstag wird hier in der Berliner Nachbarschaft im Schloss Bellevue ein Buch vorgestellt, das Wegbereiter der Demokratie heißt. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, hat es herausgegeben. Darin werden auf 448 Seiten von 30 verschiedenen Autoren 30 mutige Männer und Frauen aus der Zeit zwischen 1789 und 1918 vorgestellt. Steinmeier selber hat die Einleitung geschrieben. Was wir den Wegbereitern der deutschen Demokratie verdanken und warum sie für unser Land so wichtig bleiben, lautet sein Motto. Der Historiker Christopher Clark beispielsweise schreibt in diesem Buch über den Freiheitskämpfer Robert Blum, also den Urdemokraten, den Mann des Volkes und den Märtyrer der demokratischen Revolution, der am 9. November 1848 vom Militär des Habsburger Kaiserreichs ermordet wurde. Robert Blum hat einmal geschrieben, es hätte überhaupt nichts Gutes und Großes gegeben, wenn jeder stets gedacht hätte, du änderst doch nichts. Der Blick zurück zeigt uns, was Einzelne und ihre Ideen vermögen, die auf der Höhe der Zeit sind. Das ist uns Vorbild, das soll uns Anspann sein. Es würde überhaupt nichts Gutes und Großes geben, wenn jeder denken würde, du änderst ja doch nichts. Das ist die Idee und das ist die Leidenschaft, die einen guten Journalismus antreibt. Es ist was veränderbar. Und diese Idee und diese Leidenschaft spüre ich bei Monitor und Georg Restle, unseren Preisträgern. In dem Steinmeier-Buch über die Wegbereiter der Demokratie, von dem ich gerade spreche, habe ich den Aufsatz über den demokratischen Journalisten und Verleger Philipp Jakob Siebenpfeifer schreiben dürfen, geboren im Revolutionsjahr 1789. Siebenpfeifer war der Hauptorganisator des Hambacher Fests von 1832, der ersten Großdemonstration der deutschen Geschichte. Als die Regierung des Bayerischen Königs die Druckerpresse Siebenpfeifers in der damals Bayerischen Rhein-Pfalz beschlagnahmen und versiegeln ließ, verklagte dieser Demokrat die Regierung mit dem Argument, das Versiegeln von Druckerpressen ist genauso verfassungswidrig wie das Versiegeln von Backöfen. Das ist, wie ich finde, ein ganz wunderbarer Satz, weil darin die Erkenntnis steckt, dass Pressefreiheit das tägliche Brot ist für die Demokratie. Das ist die demokratische Urerkenntnis. Pressefreiheit, Medienfreiheit ist das tägliche Brot für die Demokratie. Monitor und ihr Redaktionsleiter Restle stehen heute für diese Urerkenntnis und dafür zeichnen wir sie aus. Das Magazin Monitor verteidigt die Demokratie und die Grundrechte mit Sensibilität, mit Sorgfalt und mit Werf. Restle, der seit zehn Jahren das Politikmagazin leitet und moderiert, ist ein leidenschaftlicher Journalist, ein kampfeslustiger Demokrat und ein glaubwürdiger Vertreter eines werteorientierten Journalismus. Er ist sozusagen ein Ur-Ur-Urenkel von Siebenpfeifer, von Georg Herweg, von Robert Blum und von Friedrich Hecker. Er steht in einer langen und guten Reihe mit den demokratischen Wegbereitern. Sein Team lässt sich nicht einschüchtern, auch dann nicht, wenn es mit Hetze und Hass konfrontiert wird oder Rechtsextremisten gar den Macherinnen und Machern mit dem Tod drohen. Liebe Gäste der Otto-Brenner-Stiftung, liebe Preisträger, die Aufdeckung von Skandalen, die wichtig ist, ist erst die halbe Arbeit. Guter Journalismus geht über das Aufdecken hinaus. Guter Journalismus ist Moderator und ein Motor für Veränderungen, die die aufgedeckten Missstände abstellen. Das ist so wichtig wie das Aufdecken. Das ist Pressefreiheit. Es gibt die Pressefreiheit, weil Medien systemrelevant sind für die Demokratie. Es gibt Pressefreiheit nicht deswegen, weil die Presse systemrelevant wäre für die gute Laune. Ein guter Journalismus bleibt bei den Fakten. Er analysiert sie und bewertet sie. Er kommentiert sie so sachkundig wie möglich. Er übertreibt nicht um das Übertreibenswillen. Er haut nicht aus Gaudi auf den Putz. Er macht keine Werbung für Lobbys. Er fällt auch möglichst nicht auf Propaganda herein. Guter Journalismus krakelt nicht herum. Ein guter Journalismus, so wie wir ihn hier auszeichnen, betreibt die Aufgabe der Enthüllung nicht zynisch und nur aus Freude am öffentlichen Machen des Verborgenen. Er betreibt sie nicht mit Kälte und nicht mit Rigorosität, nicht mit Leidenschaftslosigkeit, sondern mit Zuverlässigkeit, mit Überzeugungstreue, mit Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit. Pressefreiheit braucht Journalisten, die neugierig, unbequem, urteilskräftig und integer sind. Das Magazin Monitor und sein Leiter Georg Restle stehen für einen solchen Journalismus. Pressefreiheit heißt Pressefreiheit, weil die Presse die Freiheit verteidigen soll. Die Redaktion Monitor zeigt mit ihrer journalistischen Arbeit, was Pressefreiheit ist und wie Pressefreiheit sein und bleiben muss. Dafür zeichnen wir Monitor aus. Der mit 10.000 Euro dotierte Spezialpreis, der Essay- und Kommentarpreis der Otto Brenner Stiftung gebührt im Jahr 2021 dem Fernsehmagazin Monitor und seinem Leiter Georg Restle. Es ist dies ein Widerstandspreis. Es ist dies ein Preis, der helfen soll, dem Anpassungsdruck zu widerstehen. Einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Der Laudator in Bayern, der Preis hier auf der Bühne, das Spezialpaket für den Spezialpreis. Bitte kommen Sie zu mir. Guten Abend nochmal von mir und auch von mir herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. So, an dieser Stelle war nochmal vorgesehen, Heribert Prantl. Wir haben es einmal geschafft, wir schaffen es nochmal. So, bitte sehr, Herr Prantl, die Bühne ist nochmal Ihre. Ich möchte auch was fragen. Das ist ja kommentierende Journalist an die großen Fernsehleute. Ich habe eine Wette abgeschlossen mit einem früheren Preisträger, dass es mir gelingt, das Wort Corona bei meiner Preisrede nicht in den Mund zu nehmen. Aber jetzt nach der Laudatio will ich es doch kurz in den Mund nehmen. Seit 20 Monaten leben wir mit Corona, mit Grundrechten in Quarantäne. Es ist ein Thema, das alles auffrisst. Und deswegen meine Frage an Sie, die Monitorleute. Wie groß ist der Frust bei Ihnen in der Redaktion über dieses Auffressen? Wie gehen Sie damit um, dass dieses Thema Corona alle anderen Themen verdrängt? Ist es ein Frust oder ist es auch Lust darauf zu zeigen, es gibt noch andere Themen? Ich bedanke mich erstmal für die wundervolle Laudatio und auch für den Preis. Das Thema Corona, ja, es hat uns auch aufgefressen, wirklich. Also thematisch, natürlich gibt es immer wieder auch die Lust, auf Corona zu gucken. Aber ich würde, wenn ich aus dem Monitor, aus der Redaktion etwas erzählen kann. Es gehört so zu unserer DNA, wahnsinnig in der Redaktion zu diskutieren, zu streiten. Und das war immer im Redaktionsbüro von Georg. Und das hat jetzt über diese anderthalb Jahre, fast zwei Jahre nicht stattgefunden. Ich glaube, das hat uns wirklich, wirklich aufgefressen und fehlt uns. Wir kriegen es trotzdem hin, uns trotzdem zu streiten, auch über Teams. Aber das ist schon echt, daran knabbern wir. Ja, die Redaktion hat es aufgefressen, weil wir eben so gern diskutieren. Aber auch inhaltlich war es natürlich eine Herausforderung. Wie geht man mit so einem Thema um, in dem man sich erstens gar nicht so gut auskennt am Anfang. Weil es einfach all das, was man sonst recherchieren kann, in dem Sinne nicht gibt. Und dann, wie geht ein streitlustiges Magazin verantwortungsvoll mit einem solchen Thema um. Wir haben sehr früh das Thema Freiheitsrechte thematisiert. Ich glaube, als eine der ersten, jedenfalls im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Im April schon haben wir die Frage gestellt, ob all diese Maßnahmen tatsächlich mit der Verfassung machbar sind. Wir haben Themen aufgeworfen, mit denen wir festgestellt haben, dass man sehr vorsichtig sein muss, um sich nicht vereinnahmen zu lassen von der einen oder anderen Seite. Ich glaube, es gibt kein journalistisches Thema, jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, in meiner Zeit als Journalist, das so vergiftet war von Anfang an. Wo kritischer Journalismus sofort in den Ruch kam, auf der falschen Seite zu stehen. Wo die Lagerbildung, die ja schon in anderen Themen in der Vergangenheit stattgefunden hat, mit so einer Hermetik stattgefunden hat. Dass es schwierig war, zwischen die beiden Lager zu kommen. Und ich glaube, das kann ich für die Redaktion sagen. Wir haben uns das nicht einfach gemacht. Wir sind keine Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerinnen. Wir haben versucht, das Ganze in alter Monitor-Tradition. Und da ich Jurist bin und mich mit der Verfassung ja auch einigermaßen beschäftigt habe, auch in so einer verfassungspolitischen Tradition damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und haben festgestellt, dass man in Zeiten von Corona, wenn man die Verfassung bemüht, und ich meine nicht diejenigen, die die Verfassung so falsch bemühen und so schändlich bemühen und die diesen Freiheitsbegriff im Munde führen und damit eigentlich die Unfreiheit meinen, die alle da vom rechten Lager dieses Thema für sich instrumentalisieren, sondern ich meine die, die es ernst meinen damit und die sich wirklich, die damit ringen und da Wege versuchen zu finden, journalistische Wege zu finden, seriös zu sein, leidenschaftlich zu sein, weil ein Journalist braucht ein Herz, auch in dieser Situation, aber vor allem auch verantwortungsvoll damit umzugehen. Und das ist nicht leicht gewesen. Das haben wir uns nicht leicht gemacht. Das haben sich auch sicher alle anderen Kollegen und Kolleginnen, die ernsthaft damit umgegangen sind, nicht leicht gemacht. Und deswegen an der Stelle und nicht nur aus dem Grund, danke an dieses ganze Team-Monitor, weil wir sind heute nur zu zweit da. Und wir haben uns, als wir den Preis bekommen haben, so gefreut, endlich mal wieder mit dem ganzen Team eine Reise zu machen, zumindest auch mit dem Redaktionsteam. Und jetzt sind wir heute hier zu zweit da, weil wir gesagt haben, so ganz leer wollen wir die Bühne dann doch nicht lassen. Deswegen danke an dieses tolle Team, das muss einfach mal gesagt werden. An die ganzen freien Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch an die festen Kollegen, die diese Arbeit mit mir und mit uns schon zum Teil Jahrzehnte machen und die diesen Preis wirklich verdient haben. Herr Prantl, sind Sie noch da? Ich habe nichts mehr gehört. Was ich mir wirklich wünsche, was ich der Redaktion wünsche, aber nicht nur Ihrer Redaktion, sondern ganz vielen Redaktionen, dass endlich die große Diskussion wieder beginnt und die Diskussion, deren Fehlen Sie so beklagt haben. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, als Sie das gerade geschildert haben, wie funktioniert denn Arbeit, wenn man nicht mehr miteinander streiten kann? Ist es etwas, das auf Ihrer täglichen Arbeit lastet, wo man sich dagegen wehren muss? Wie funktioniert Arbeit in einer Zeit, in der das Kommunizieren bloß noch auf dem Weg geht, den ich mit Ihnen jetzt auch gerade übe? Wie kriegen Sie die gute Arbeit hin, die Sie ja auszeichnet und die wir auszeichnen? Ich denke, das hat eine Zeit gedauert, bis es sich zurechtgerüttelt hatte. Und für mich sind so zwei Sprüche quasi das Markenzeichen dieser Zeit geworden. Das eine ist, ist das noch eine alte Hand und Mikro. Und wir sind vielleicht in unserer Diskussionskultur, mussten wir uns darauf einfach einstellen. Aber der Kern, der Markenkern unserer Redaktion ist natürlich geblieben. Wir sind diskussionsfreudig, wir diskutieren genauso lange, wir diskutieren genauso erbittert, wir diskutieren genauso gründlich. Nur eben über dieses Medium und müssen jetzt auch einfach mal die Hand heben. Und nicht einfach durcheinander reden, wie das vorher vielleicht etwas häufiger der Fall war. Ja, aber diese Disziplinlosigkeit hat ja schon das für sich, würde ich sagen, oder? Ja. Mich würde noch interessieren, was wünschen Sie sich denn journalistisch für die Zeit nach Corona, die hoffentlich nicht mehr so unendlich lang weg ist? Was wünschen Sie sich journalistisch? Journalistisch wünsche ich mir vor allem als Journalist des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass die Verantwortlichen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wiedererkennen, wofür es uns eigentlich gibt in dieser Gesellschaft. Und dass all diejenigen, die meinen, es ginge hier um eine bestimmte Form von Ausgewogenheit in der Gesellschaft, ihre Ängstlichkeit und ihre Mutlosigkeit gegenüber denen verlieren, die sie offenbar dazu treiben, die Räume aufzumachen für Menschen, die für mich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts verloren haben. Das habe ich schon häufiger gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass die Ängstlichkeit und die Mutlosigkeit in den Führungsetagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks größer ist als unter den Journalisten, die den Job machen. Und vielleicht sollten die Verantwortlichen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal den Journalisten und Journalistinnen wieder zuhören, was die zu sagen haben. Das wünsche ich mir. Ganz wunderbar, das wünsche ich mir auch. Vielen Dank. Herr Prantel, wollen Sie sich noch von uns verabschieden? Vielen Dank, Herr Prantel. Ich freue mich ganz wahnsinnig darüber, dass Sie den Preis gekriegt haben. Ich freue mich über Ihre Aussage. Ich habe nicht ohne Grund gesagt, dass ich Ihnen wünsche, dass Sie all dem Druck gut widerstehen. Es soll auch ein Widerstandspreis sein. Und Demokratie lebt vom Widerstand. Und dass die Demokratie hoffentlich auch aus der Corona-Krise gestärkt hervorgeht, dass das Bewusstsein für den Wert der Grundrechte steigt, das wünsche ich uns allen. Ich danke Ihnen sehr und ich freue mich mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.